hallöchen und herzlich willkommen ja leute tschuldigung schluck getrunken video startete schneller als erhofft was steht an wir haben mittwoch und ich habe euch ja für heute was versprochen es gab ja ein großes update letzte woche und ja eigentlich sollte am montag schon gipfel kommen jetzt war es leider so der gipfel lief absolut beschissen und ich bin leider ziemlich ausgeflippt und hatte dann auch nach einer runde schon keinen bock mehr habe dann abgebrochen ich habe den mittlerweile zu ende gespielt und 288 punkte erreicht es geht um die expedition der planeten bisher muss ich dazu sagen habe ich im shop sage ich euch bei diesen leeren was habe ich gekauft ich habe zweimal diese kiste hier gekauft auf dem anderen account habe ich mir tatsächlich eine kiste geholt zwei auch zwei kiste gut und diesen diesen blut kristall erz weil ich da halt schon viel viel weiter will das benötigt ihr wenn ihr die neue ausrüstung nehmen möchtet spricht die hier unten da seht ihr es ihr braucht es dann um hier weiter zu stufen da ich hier auf dem account bei weitem noch nicht so weit bin nicht so wild dass ich die steine noch nicht hol dafür jetzt hat das ding heute resettet das resettet immer mittwochs und entsprechend würde ich euch gerne heute ein bisschen zeigen wie das so funktioniert weil beim letzten mal habe ich ja verpennt also gehen wir mal drauf und rein abenteuer starten 104 stunden geht der ganze spaß und ja wie funktioniert es eigentlich relativ simpel wir gehen einfach mal rein und haben jetzt eine map vor uns jetzt steht hier ein bisschen was und zwar dieser raum war einst das schlachtfeld auf dem die götter den teufel besiegelten tausende von jahren sind vergangen die gefallenen helden wandern immer noch hier umher abenteurer geht bis ans ende um ihn zu besiegen aber abgesehen davon schien in den tiefen in der dunkel mächtigere kräfte aufzutauchen so das ist der start wir haben einen sogenannten gruppenstatus das ist mein team man muss ja mindestens sechs sterne haben und mindestens level 100 erreicht haben mit einem charakter um diesen einsetzen zu dürfen das heißt ich gehe mit elf charakteren ins rennen und habe eine aktuell ein solches leben zum wiederbeleben all meiner helden die gefallen sind maximal kann man pro woche dreimal wiederbeleben letzte woche gab es drei stück die habe ich alle verballert um punkte zu sammeln jetzt habe ich nur eins und hoffe natürlich noch was zu kriegen wobei hier na da habe ich das eine bekommen genau da war das wir glaube ich noch mal eins bekommen wenn ich mich nicht vertue ne hier nicht aber man kriegt auf jeden fall noch mal irgendwo eins demnächst so dementsprechend kann ich erstmal nur einmal wiederbeleben ich habe zu viel verballert jetzt kurz um euch zu zeigen wie es geht ihr habt hier eine strecke ihr müsst gucken dass ihr zu diesem teufel da oben kommt ihr müsst nicht jedes einzelne feld nehmen sondern ihr wählt eigentlich einen fahrt kurz zur erklärung diese fragezeichen können alles mögliche bedeuten diese ja das sieht so ähnlich aus wie ein shop mit diesem rot weiß karierten das ist glaube ich ein gewisser gegenstand und diese nah haben wir hier oben zum beispiel auf der rechten seite vor dem teufel noch mal eine wiederbelebung und zur linken diese halbmonde die sorgen dafür dass deine helden geheilt werden die die nicht tot sind des weiteren diese fässer wie sie jetzt hier eins auftaucht auf der linken seite sowie hier unten direkt bedeutet man kriegt einen held hinzu da drücke ich jetzt mal drauf weil wir müssen hier starten und ich kann mir jetzt einen von diesen dreien aussuchen ich kann entweder jick nehmen ich kann kürtel mag nehmen oder lorelei mit in mein team angepasst an das level meines stärksten helden also 299 habe ich ja meine vertan die kann also jetzt einen passend dazu mitnehmen ich nehme mir dann tatsächlich jetzt hier ja schwere entscheidung schwere entscheidung ich nehme court mit und jetzt kann ich mich entscheiden gehe ich links oder rechts gehe ich auf dieses diesen delta rap delta 67 oder auf wie man ich gehe links rum auch wenn das vom wert her etwas höher ist und trete gegen diese person an das mit dem dämonen stein was ihr da unten seht erkläre ich euch jetzt gleich ich baue jetzt erstmal mein team hier zusammen wie es aufstellen möchte ich werde vertan die tanken lassen ich werde erste top an die zweite stelle setzen ich werde kotel mag nach hinten setzen dann fang mache ich weiter mit jack und freya und zu guter letzt dann weg visier so und damit starten wir hier schon hinein ins erste match den gewinnen wir bekommen dafür auch ein bisschen was gut geschrieben auch wieder 200 von den steinchen und jetzt darf ich einen splitter auswählen das passiert nach jeder stufe entweder nimmt man einen mystischen splitter um eben drei stück davon zu sammeln um eine einen splitter level 3 zu erhalten es gibt maximal drei level pro spiel auf dem splitter seht ihr anhand des strichen ich habe also hier jeweils noch einen level 1 spiel da über nämlich den flug des blutes oder den sägen der waffe beschreibe die jetzt mal nicht alle einzeln ist steht ja da und ihr werdet beim spielen ja auch merken ich nehme jetzt den mystischen dann den kann ich halt nicht einsetzen ich muss halt drei stück davon sammeln um weiter zu kommen wieder kann ich wählen zwischen links und rechts ihr seht auf der rechten seite sind ein paar felder verschwunden wo ich nicht mehr lang gehen könnte ich gehe jetzt auf dieses phoenix feld hier und werde jetzt mein nächstes match bestreiten ihr seht wie bei der expedition der schaden den ich eingesteckt habe bleibt wir machen das ganze gleich auf meinem anderen account auch noch jetzt nehme ich die pest das pest gewährt 2 nachverwendung lässt alle feinde zu beginn des nächsten kampfes vergiften so dass eine stufe zwei artefakt ist nenne ich es jetzt mal so so jetzt gehe ich aber hier rechts rum halt 30 prozent der lp meiner aktuellen truppe damit sind alle wieder folgehalt finde ich richtig cool und kann jetzt wieder zwischen links und rechts wählen ihr seht jetzt hier links auch so einen plünderer der leere da werde ich jetzt mal drauf zu tippeln und dann schauen wir mal was mit dem passiert oh ja ist egal hätte jetzt gerade zeigen können wie man den stein einsetzt den ich da noch gesammelt hatte aber ist nicht schlimm nehme ich hier schon mal den nächsten mystischen in der zeit mit und gehe jetzt auf den plünderer hinzu setze meinen stein an indem ich unten das häkchen setze so kriegt dieser plünderer wo kein level angegeben ist direkt meine vergiftung zu beginnen diese steine sind nur einmalig einsetzbar es sind direkt vergiftet deswegen leuchten sie grün auf so level ist uns unbekannt in dem falle weil es plünderer sind aber ich sehe da gar kein problem wie man das gerade mitbekommt diese gruppe zu schlagen das hat geklappt wunderbar wir bekommen das und bekommen wieder zwei level dinge muss gerade kurz lesen oh lässt bluten dann nehme ich das doch mal und wir gehen schon wieder auf den nächsten plünderer zu äh ich nehme jetzt den stein nicht ich vermute dass mein team so gegen dieses team ankommt und nehme den dritten mystischen splitter mit somit fusioniert sich das zu einem einmaligen level 3 splitter so ihr seht wir haben schon ein bisschen was weg hinter uns wir haben noch einen weiten vor uns und ich muss jetzt mal gucken dass ich hier weiter komme auf diese freya setze meinen blutigen fang schon mal ein sie müssen die vorherige etage abschließen ach so dann muss ich hier lang dann nehme ich das man kann sich die teams halt auch anschauen vorher und sagen jo das nehme ich jetzt doch und das nehme ich nicht das hat schon mal geklappt ich werde wieder einen mystischen mitnehmen gehe jetzt auf diesen freya schädel setze mal was ein weil ihr seht mein team ist schon deutlich geschwächt hat aber noch hingehauen ha nexter mystischer zack dann nehme ich jetzt wieder die plünderer oh ich habe nur noch kurt und verthandi das wird böse hat noch gereicht hätte ich jetzt nicht mit gerechnet nexter mystischer und schon habe ich meinen zweiten drei sterne apparat auch hier wieder kurt und verthandi ohne ja das hat aber gepasst das haben die zwei allein hingekriegt dann nehme ich das noch mit kann hier drauf hüpfen auf alle getöteten wiederbleiben und somit seht ihr hier ich habe alle meine helden zurück ohne eines meiner leben verballert zu haben jetzt gehen wir hier entlang das muss vom level her bemachbar sein aber ich setze mal was ein es wird auch mal zeit müsst ihr aber nicht direkt ja ihr könnt ihr euch auch bis zum schluss aufsparen diese steine ihr müsst sie nicht sofort setzen mache ich aber jetzt einfach mal ich möchte auch platz haben für die nächsten steine kommen ja noch ein paar dazu jetzt nehme ich wieder ein mystisch mit jetzt gehe ich links rum da ich hier sehe ich habe wieder ein fass warum soll ich mich denn mit einem gegner befassen wenn ich ein festchen kriegen kann und kriege noch einen helden geschenkt den ich natürlich nur in dieser expedition des planeten verwenden kann und nicht außerhalb das ist jetzt gar nicht so einfach ich habe hier im angebot tesla ich habe im angebot magnus und ich habe im angebot medusa dann nehme ich tatsächlich medusa mit weil ich glaube die ist da noch am heftigsten jetzt kommt der nächste plünderer der lehre wo ich nichts meiner gegenstände einsetze ich werde allerdings medusa mit rein nehmen in das ganze hier tausche die mal mit kurt aus dann habe ich nämlich eine medusa mit vorne stehen was ja doch recht cool ist so stiller vorhang hört sich gut an ich gehe wieder links entlang oh da ist eine 300er verstand mit bei das überlege ich mir aber noch dann sieht mir das team hier doch etwas angenehmer aus muss ich gestehen mir ist auch schon einer wieder gestorben er hat sich denn da schon wieder verabschiedet ich habe keinen platz mehr ja da kann ich jetzt keine steine mitnehmen ah halt nicht auf den plünderer oder doch wir gehen auf dem ich gehe lieber links rum doch es ist mir irgendwie lieber boah er hat mein team aber ganz schön zerpflückt mein lieber herr gesangsverein oh Niederlage mein team ist tot bis auf wenige ausnahmen ich verwende mein lieben damit sind alle wieder zurück das ist ja jetzt gar kein problem mehr ich setze keinen stein ein das ist egal ja so schnell kann es gehen so schnell kann es gehen wenn man ein bisschen nicht aufpasst ich hoffe euch hilft das video ein bisschen also bin da selber noch nicht 100% ach ich habe ja keinen stein eingesetzt verflixt achst so jetzt gehe ich hier wieder auf dieses Heilungsding das ist nämlich der sicherste Weg linke Seite das habe ich schon festgestellt ich nehme diese Durchbruch-Rune nicht unbedingt Rückschaden erhöhen und was ist das ja zum Schweigen bringen das ist doch eher das passende Mittel einwandfrei Volltreffer dann nehme ich diesen elementaren Schock noch mit hier darf ich meine Jungs und Mädels wieder mit Lebenspunkten beschenken es ist keiner tot und damit gehen wir jetzt auf diesen hier gefallene Held der Held der einst den Drachen tötete wurde schließlich zum bösen Drachen hier kämpfe ich lediglich gegen sowas ja nichts wildes nichts besonderes ich nehme dieses leichte elementare Schöckchen mit weil man denkt natürlich dann im ersten Moment das habe ich am Freitag auch gedacht boah boah das ist nicht schwer und dann dachte ich ach ich habe es ja geschafft ich habe ja relativ schnell gewonnen das habe ich jetzt hier auch wieder jetzt nehme ich noch was mit Geschwindigkeit ja dann nehme ich dir das wie Grittrate jetzt fällt der ganze Plunder auseinander und es kommt wie es kommen muss jetzt hat man nochmal alle Helden wiederbelebt bekommen als Geschenk ich kann nicht mehr wiederbeleben ich muss das jetzt voll drauf auf ihn hier der ist unbesiegbar das muss ich euch schon mal dazu sagen dieser gefangene Dämonengott das heißt ihr arbeitet euch in der Schadenrangliste nach oben um Belohnungen zu kriegen und zwar diese hier und darum geht es ihr müsst also innerhalb eurer dreimal Wiederbelebungen schaffen nicht nur durchzukommen sondern möglichst viel Schaden wie bei einem Gildeboss zu veranstalten denn ihr könnt jetzt vielleicht mal sehen das werde ich jetzt beim ersten Kampf werde ich noch nicht skippen ich werde euch das einfach mal zeigen ich glaube das Team hier schafft es noch nicht auf meinem Main Account das Team das wird es eher schaffen die Lebenspunkte des Gegners auf 0 zu bringen so der belebt sich aber komplett wieder ich verspare uns das mal wir haben jetzt schon mal 17 Millionen Schaden gemacht das ist doch schon mal ein kleiner ach du je ich wollte gerade sagen ist ein kleiner Start ich werde es auch schenken können den Satz man greift einfach immer weiter drauf an bis man echt nichts mehr hat so jetzt habe ich das nächste gemacht setzen wir noch das letzte Ding ein und dann kann ich eigentlich nur so lange kämpfen wie ich Helden habe so lange versuchen irgendwie irgendwas zu tun aber ihr werdet merken ich habe hier keinerlei Einfluss drauf also es wird vor allen Dingen wird von Mal zu Mal stärker also ich bin 330ster was kann ich mir davon kaufen nichts ihr seht es ist unheimlich schwierig das ist es gewesen tot also Schluss wir haben allerdings wieder einige Steine zusammen oh sogar richtig was da würde ich mir doch ganz gerne schon mal eine Kiste zwei Kisten ach ich kann nur maximal zwei Kisten kaufen mies weil ein Diamantschlüssel für 20k würde ich niemals holen dann geht lieber echt hin holt euch Fahnen oder holt euch eben diesen Diamanten ich werde auch jetzt tatsächlich mal einen davon nehmen so weil ich momentan Fahnen nicht brauche ne also absolut nicht ich habe jetzt schon zwei von den Steinen aber es ist doch der Account hier gucken wir mal was drin ist ein Wunderauge und 5 Glücksradjetons ja okay kann man nehmen das Ganze machen wir jetzt auch auf dem Main Account der wird ein bisschen erfolgreicher sein denn da sind die Helden einfach deutlich heftiger die ich habe ja ich bin ja da schon in den T-Stufen ziemlich weit oben und dementsprechend kann man natürlich auch hier was machen so habe ich hier eigentlich noch gezeugt da habe ich gar nichts ausgegeben sehe ich gerade nehme ich hier schon mal eine Kiste mit wunderbar so ich gucke jetzt mal wir nehmen mit Monkey King, Curdle Mag oder Jig dann nehme ich auch hier den Curdle Mag mit würde ich sagen oder mal Jig ausprobieren ich probiere den Jig aus komm komm mit so wir gehen auch hier links herum ich gehe auf Nummer sicher bauen wir mal unser oh den unser Team zusammen Freenix getenken Jig geht dann mal auf die zwei dann habe ich Aegina ich habe Skull ich habe Freya und Valkyrie so das ist mein Start Team jetzt have a little look what happens wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt das wäre natürlich richtig geil Dateninkontinenz ja Inkontinenz ja Pobuck oder was mich jetzt verarschen ich habe jetzt einfach gewonnen okay dann habe ich einfach gewonnen nehme ich den mit weiter geht die wilde Fahrt meine Freunde nächste Team was angegriffen wird ich habe ja einen mystischen Stein mitgenommen sieh ich nehme den nächsten mystischen mit bleibe auf der linken Seite um die LP aufzug geilen ja das solltet ihr euch vielleicht einfach zu Herzen nehmen wenn ihr noch nicht so mega stark seid und sagt ich will jetzt einfach mal hoch auf die Fragezeichen Dinge habe ich schon zwei dreimal gedrückt also es ist nicht so als hätte ich das noch nie ausprobiert das Problem war ganz einfach wir sind da bei Helden gestorben teilweise sogar alle auf einen Schlag das wollte ich dann nicht mehr da habe ich mir gedacht nee das kann man sich echt schenken wie viel Leben habe ich eigentlich überhaupt auch nur eins zum wiederbeleben okay jetzt gehe ich da drauf ja weil hier steht nämlich Zufallsprinzip Belohnung Bestrafung und Entscheidung wir können es mal probieren aber ich vermute mal das Schlimmste da kommt diese Waage willst du opfern beim nächsten Sieg erhältst du 100 mal Rohstein der Leere bei Niederlage wird der Held verstorben da ist wird der Held verstorben wir probieren das oh er hat gewonnen ach so man muss es noch nicht mal annehmen naja also er kann auch sterben statt dass du 100 Steine kriegst das ist dein Risiko zocken mit dieser Waage dabei ist mir dauernd ein Held abgekackt deswegen habe ich das aufgehört aber scheint er aktuell zu funktionieren ich gehe jetzt einmal hier lang boah was haben wir hier sieht auch nicht besser aus wir nehmen mal die Seite halt ich wollte einen Stein einsetzen ich nehme mal den da mit schön ist halt ich habe es gehalten die kann gut hehlen ah da ist der dritte mystische dann kriegen wir einen schönen Dreier da raus wunderbar wir gehen nochmal ich bleibe trotzdem auf der linken Seite ist mir jetzt egal hier riecht es nach Pizza so weiter geht es den nehmen wir dann den stillen Vorhang weg kein Problem ich darf es versuchen ohne einen Stein hat auch funktioniert gar kein Ding dann gehen wir auch hier das nächste Ding an Pestgewehr hört sich gut an also hier sollten wir deutlich mehr Punkte machen gleich das ist klar also ihr seht das Prinzip ist genau dasselbe es ändert sich nichts ich gehe diesen Weg und schaue jetzt einfach natürlich dass ich nach oben komme schnell wie es geht nehme die Punkte dann gleich mit und dann ist das gut versuche natürlich möglichst viele Punkte zu machen das sollte auch klar sein beim Boss ich finde das ist ein ich meine der Modus ist jetzt nichts weltbewegendes muss ich ehrlich sagen ist es nicht dass ich aus der Hose fliege und sage ja geil voll cool das Ding ja er ist halt da man spielt ihn dann ist eine nette Abwechslung mal dass es mal was Neues gibt er ist aber jetzt nicht weltbewegend ich meine ich finde das mit diesen Ranglisten und allem cool ich frage mich zwar bei dem einen oder anderen wie er das da schafft da den millionenfachsten Wert von mir zu kriegen aber dann ist das eben so ist aber kein Bruch im Knie ja so jetzt machen wir die hier noch platt ohne irgendwelche Besonderbonis oder Steinchen so jetzt kommt dieser Kollege jetzt kommt der Kollege jetzt schauen wir mal noch bin ich ja gar nicht auf der Rangliste drin das ist dieser Manchette mit keine Ahnung wie viel Milliarden ja ja ihr werdet sehen ich werde jetzt richtig Probleme kriegen schauen wir uns mal an ja also die werden jetzt erstmal drauf kloppen wie bescheuert das sind 25 Millionen reicht immerhin für Platz 711 also juhu also 24 Millionen ja in der Top 600 gerade mal gelandet da sind zwei meiner besten Helden gestorben ja jetzt knapp drin der Modus hat erst heute begonnen Leute ist ja nicht so 388 ach ne kann man gleich einsetzen wenn wir da alle belebt werden ich habe ja einmal Leben hier kann ich jetzt ziemlich oft drücken weil ich habe halt viele Helden hier in diesem Account die eine gewisse Höhe haben ihr seht ich zocke ja noch über eine Million ab er wird aber von Angriff zu Angriff stärker 1,8 Mille noch oder waren es 18 Mille ich weiß es ja nicht das sind 18 Mille 18 Millionen Angriff ist schon noch eine kleine Hausnummer jetzt sind es noch 6 Millionen da geht es auf einmal dann schnell rapide abwärts Skalt steht immer noch das muss man auch mal so sagen achtet auch jetzt gar nicht auf die Aufstellung es sind noch 3 Millionen gewesen glaube ich wenn ich es richtig gesehen habe wenn überhaupt so und die machen die jetzt eh in einem Platz genau das waren 30.000 das ist es 187. Platz ich frage mich wie hier so ein gut manche wie viel hast du im Endeffekt auf Ersatz die T-Stufe sind das ist das Ding achso ich müsste wiederbeleben einmal alle jawohl da sind sie einmal alle zurückgekehrt dann nehme ich damit damit ich dem nochmal so richtig eine auf die Fresse hauen kann machen wir es nochmal in derselben Reihe wie eben dann schauen wir mal er wird ja immer stärker wie schon gesagt das sind jetzt 29 Mille gewesen und außer Schick ist alles gestorben so krass wird der stärker das waren ja nur noch 837.000 ihr seht es ist ein bescheidenes Ding man kriegt auch eigentlich nichts mehr dafür man kann ja schon noch Punkte sammeln und gucken irgendwie noch ein paar Plätze wettmacht aber ihr seht selbst das war es dann schon 144. Platz könnten 2000 Steine werden wenn alles schön läuft ich hole nochmal Kisten mit das ist nämlich schön ja und vom Rest spare ich mir jetzt einfach auch hier schauen wir mal was in den Kisten drin ist ach ja 200 Gems und 50 Dinger das ist schon mal ganz nice dann gucken wir mal so das meine lieben Freunde oh oh neuer Rahmen cool für eine ganze Woche oder wie lange hält der jetzt wow ist auf jeden Fall nice cool ja das meine Freunde war eigentlich schon alles zu heute Glücksrad ist ja übermorgen dann noch kurz zur Info es gibt Vivian Juhu Fallera Vivian gar nicht so schlecht ich möchte jetzt da nichts gegen sagen um Gottes Willen hier die gibt es im Glücksrad es wird Secret Treasure geben mit unserem lieben Freund den wir noch nicht oft genug hatten Wächter man kann sich zuscheißen ernsthaft da sind noch 5 Stück ja ich glaube hier ist auch noch mal einer also ja das ist für das Glücksrad Glücksrad trotz allem solltet ihr pullen allein schon für die Ressourcen und ja das ist das wenn ihr dann das Glücksrad gepult hat Secret Treasure würde ich wenn ihr Wächter nicht braucht mit dem 8000 Gems Paket dann würde ich mit dem 500er Paket anfangen und mich langsam hocharbeiten entsprechend so wie ihr Gems habt des weiteren gibt es ein Ausrüstungsevent nenne ich es jetzt mal das heißt ihr könnt in ein Schmiedeevent oder wie auch immer ihr könnt genau diese hier die ich jetzt zeige diese 4 Stufen könnt ihr schmieden lassen für Gems für ordentlich Gems und Gold teure Aktion würde ich mir durch den Kopf gehen lassen nicht unbedingt machen so das dazu ansonsten wird es im Seelenshop noch Schatmel und ja Schatmel wird es geben das steht schon mal fest wo auch immer sie jetzt hier hier habe ich gar keine mehr doch das ist diese junge Dame hier die wird es geben im Seelenshop für 8000 Seelen lohnt sich null und auf der anderen Seite noch irgendjemanden ich weiß gar nicht mehr wer ist gerade echt nicht ach Saisu Saisu genau die zwei waren es für 8000 Seelen lohnt sich gar nicht lasst die Finger da weg sammelt euren Kram gebt eure Glücksrad Jetons gerne aus ich glaube 320 werden benötigt um eine Runde komplett zu spielen die kriegt man locker zusammen wenn man täglich die 8 Stück holt und ansonsten ist es das von meiner Seite aus erstmal gewesen ich habe sonst nichts werde dementsprechend auch kein Video dazu veröffentlichen frühestens also dazu wieder am Montag beim Gipfel spätestens aber werde ich mich bei euch wieder melden nächste Woche Freitag zu den Miracle Eyes Pulse passend zu Weihnachten da bin ich mal gespannt auf den Christmas Event ich freue mich drauf bedanke mich bei euch fürs zugucken hoffe ihr lasst einen Daumen nach oben da einen Kommentar wenn ihr Bock habt vielleicht habt ihr auch Tipps wie man mit der Expedition des Planeten noch umgehen kann ich bin immer offen dafür schmeißt sie mir um die Ohren dann mache ich es nächstes Mal besser so ansonsten wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal tschau 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 tschau